ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu Let's play Minecraft Minigames mit Curio Hallo und Sven Team Survival Games Alter Ist gar nichts mehr in den Kisten Bei mir hängt es gerade mega ab Ich bin hinter Sven Sven hängt bei mir Okay fuck wo seid ihr gerade Auf jeden Fall nicht bei dir Ah seh euch Nein er sieht uns Ich seh euch immer noch Ist gut Die Schutzseite ist beendet ich hab noch nicht mal was Guck mal hinter euch Guck mal hinter euch ey Ich schwöre Ich schwöre hinter euch Ich schwöre auf Big Mac Okay Big Mac ist zu hart Ne ja stimmt sorry Wollte ich nicht Ey TNT geil Jeder der mit Ey was willst du alter ich plant TNT da Ey man ich sterbe doch Ich hab kein Essen mehr Alter Du willst das auch mal aufbeschwören ne Alter komm her Alter du bleich tot Ich auch Halbes Herz Und so kein Essen Und so kein Essen Okay ich kill dich dann krieg ichs So oder so kriegt er es Aber nee Ja bitte Komm mal Essen Oh Gott wie geil ist das denn bitte hier Komm mal Der Himmel Komm mal mitte Komm mal mitte Komm mal mitte alter Komm mal mitte joh Fuck ihr seid ja keinem an ihr Der hat nen Brustpanzer ne der geht ab Der geht richtig ab Der hat nen PvP im Namen alter Das ist Das ist unmöglich gegen ihn zu weh Komm mal nicht mitte Komm mal nicht mitte Ich komm doch Mitte Nein Wollte mich riskieren Ja man Ich verarschi dich und will dich einfach nur töten Kann auch sein Ja hallo Ey töt mich doch nicht Was soll das Was bist du Alter Alter Nein Sprengt einfach auf mich drauf Was Der Typ Ich dachte Fuck Der Typ Der hat der den gleichen Skin wie du Der stimmt doch gar nicht Oder Doch Er hat so einen ähnlichen Skin Auf jeden Fall hat der da auch nen Bart Wow Er hat auch nen Bart Er muss es sein Scheiße Wo ist er? Wo ist er? Wir sind gerade auf dem Riesenrad Wir sind auf dem Weg Sven Ja wow ich hab diese Map noch nie gespielt Ich auch nicht Wir versuchen gerade zu dir zu stoßen Ach ich weiß jetzt wo es lange kommt Außer du willst mich töten Dann lass es Das war gerade wirklich los was sie Wo seid ihr? Wir kommen zu dir Sven Wir sind auf dem Weg Ich sehe einen toten Menschen Ich beeile dumme Menschen Hallo Kurio Hallo Tote Menschen überall Boah meine Frames sind wieder super alter Wo seid ihr? Ich hab Angst dass ich überrascht werde Es kommen gleich zwei Leute auf dich zu Ich glaub die würden dich töten Ich bin mir nicht sicher Ich hab sie gesichtet Hä wo geht sie nochmal zurück? Da Ne Äh nein da Alles klar Sie sind weniger als ein Mensch Ne danke Ich komm gar nicht mehr in die Mitte Hab ich das Gefühl Ach doch da Vor allem nicht in die Mitte Sven Sven Der ist genau gegenüber dir Bewege die Trennen uns Genau Bewege die Trennen uns Was machen wir jetzt Sven? Hey hier ist ja einer Der hat auf mich gewartet Ich sterbe Ich sterbe Ne Ne Ich bleib stehen für den extra Ich bin ja noch so nett Erik ich glaub das wär ne dumme Idee Sven Komm in die Mitte schnell Nein 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 Ich bin tot Komm komm zu mir Komm zu mir Der hat nen Hack Der hat nen Hack schnell der Hack Der hackt Der hackt wirklich Ist der wirklich Hex? Oh, Sven ist tot. Warte, Alter, ich kann es Ihnen auch, glaube ich, gleich zeigen. Tja... Okay, ich fahre mich in die Welt so leicht. Irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock auf Survival-Games jetzt irgendwie... Scheiß-Spiel. Hm, was können wir machen? Ja, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall beende ich jetzt mal, glaube ich, die Folge. Die ging zwar ziemlich kurz, Leute. Das tut mir ein bisschen leid. Aber wir sind ja Premium-Let's-Player. Da muss man die Folgen so kurz machen, damit die Leute auf mehr Bock haben und alles... Mehr Folgen zu sehen. Ja. Wir müssen dann immer so, weißt du... Das nächste kommt bei 1000 Abos. Jetzt. Nein. Das war's dann mit dieser Folge hier, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Minigames-Video dabei. Haut rein, bis dann. Tschüüüü. Willst du noch was sagen, Curio? Tschüüüüss. Curio, willst du noch was sagen? Tschüüüüss? Alles klar, tschüüüüü. Höhö!